In dem Moment ist einfach alles so zusammengekommen und es war einfach, ich kann es nicht beschreiben. Es war einfach alles hinüber, wofür man sich die Saison überangestrengt hat. Nächstes Saison ist uns besser, Mann. Gewinnen! 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 Zwei, zwei, eins, du! Vielleicht erreicht ihr den Gipfel. Vielleicht nicht. Vielleicht im nächsten Jahr. Oder vielleicht müsst ihr feststellen, dass jeder von euch einen anderen Gipfel sucht. Das einzige, was feststeht, ist, dass ihr die Augenblicke der Siege und der Niederlagen miteinander geteilt habt. Die Augenblicke, in denen man durch die Gesichter in das Herz der anderen späht und das Team deiner einzige Familie ist. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020